Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Es gibt aktuell eine Unwetterwarnung für den Raum Stuttgart. Und zwar für die Stadt Stuttgart selber, Ludwigsburg, Leonberg, Esslingen und Weiblingen. Die Zelle befindet sich momentan noch im Aufbau und sie zieht aktuell Richtung Nordosten weiter. Bei weiterem Aufbau wird sie wahrscheinlich den Raum Würzburg erreichen gegen den frühen Abendstunden. Und wir haben momentan sehr viel Hagel, eine intensive Basis. Und dort beinhaltet natürlich sehr starkes Gewitter, eine größere Hagelfront würde ich auch vermuten, so wie es bis jetzt auf den Radarbildern zu erkennen ist. Und auch sehr viel Regen beinhaltet diese Zelle. Und wie eben schon mal erwähnt, die Zelle zieht aktuell Richtung Nordosten weiter und sie wird dann vermutlich bei weiterem Aufbau den Raum Würzburg erreichen. Und das könnte dann, wenn die Zelle sich weiter so aufbaut, wie auf den Radarbildern zu erkennen ist, wird die Basis auch noch ein wenig größer werden. Und wird dann auch wahrscheinlich noch mehr Hagel und auch Starkregen beinhalten. Und wird dann den Raum Würzburg in den frühen Abendstunden erreichen. So meine Lieben, das wollte ich euch auf jeden Fall in diesem Video erzählen. Natürlich kann sich alles auch noch etwas drehen und verändern. Also es ist jetzt erstmal eine aktuelle Warnung von meiner Seite aus. Und bis jetzt sieht es auch so aus, dass sich die Zelle weiter aufbaut und Richtung Nordosten weiter zieht. Und wird dann wahrscheinlich nach Würzburg, also nach dem Raum Würzburg, wird die Zelle dann wahrscheinlich auch wieder abschwächen. Und wird sich dann auch wahrscheinlich, ja, ich sag's mal so, im Winde verwehen. Also passt auf jeden Fall in den erwähnten Gebieten auf und macht euch erstmal nicht verrückt. Und trifft Vorkehrungen, alle losen Gegenstände aus dem Garten am besten unterzustellen. Und so, dass halt auch nichts wegfliegen kann. Es wird wahrscheinlich auch stärkere Sturmböen geben. Und ja, des Weiteren werde ich mich im Laufe des Abends nochmal bei euch melden. Macht es gut, ich bin raus an der Stelle. Macht es gut, euer Patrick von Lido Produktion. Macht es gut, ich bin raus.